Wahlkampftag in Milrose. Am gestrigen Nachmittag präsentierten sich in Milrose die Kandidaten der SPD, um mit den Bürgerinnen und Bürgern in Vorbereitung der Kommunalwahlen am Wochenende in den Dialog zu treten. Bürgermeisterkandidat Ingo Marfriebel war mit von der Partie und erhielt Schützenhilfe von Jörg Vogelsänger. Ich freue mich heute hier in Milrose zu sein. Die Stadt hat eine hervorragende Entwicklung genommen und bin natürlich stolz darauf, dass viele Sozialdemokraten, unser Ingo Marfriebel ist ja unser Bürgermeisterkandidat, da mitgewirkt haben und Milrose ist eine richtige Perle des Schlaubetals geworden. Und das hat 1990 natürlich angefangen mit vielen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung zur Stadtsanierung, aber auch der Kampf bezüglich der Ortsumgehung. Und das hat Milrose lebenswerter gemacht, liebenswerter gemacht und sorgt natürlich, dass viele Touristen hier gerne nach Milrose kommen. Da wollen wir weiter daran arbeiten. Nur in Zusammenarbeit zwischen Stadt, Kreis, Land und Bund können wir weitere Projekte bewegen und die SPD hat eine starke Mannschaft. Ingo Marfriebel an der Spitze, aber eben auch eine starke Mannschaft für die Stadtverordnetenversammlung und für den Kreisland. Auch die Landesspitze reiste nach Milrose, um aktiven Wahlkampf direkt vor Ort zu führen. Matthias Platzeck, Ministerpräsident des Landes Brandenburg, erläuterte kurz die anstehenden Themen und rief zum Gang an die Wahlurnen auf. Wenn Sie am 28. zur Wahl gehen, jeder kennt jemanden, der noch nicht sich entschlossen hat, zu dieser Wahl zu gehen. Nehmen Sie ihn an die Hand, ob Kollegen, Freunde, Nachbarn, Verwandten. Nehmen Sie ihn mit. Zusammen mit den ca. 60 Teilnehmern der Veranstaltung führte er interessante Gespräche in einer herzlichen Atmosphäre und äußerte seine Wünsche für die Kommunalwahlen 2008. Erstens wünsche ich mir vor allen Dingen eine hohe Wahlbeteiligung. Zweitens wünsche ich mir, dass die, die wählen gehen, demokratische Parteien wählen. Weil das für unser Land gut ist, für jede Region, für jede Stadt gut ist. Drittens, ich finde Wahlkampf wichtig, weil Wahlkampfzeiten sind immer, wo man Dinge verklagt, wo man Profil zeigt, wo man auch mal sagt, wo Unterschiede und wo auch Gemeinsamkeiten sind. Und ich freue mich, da ich gerne mit Menschen umgehe, dass nie so wie im Wahlkampf man so viel mit Menschen zusammenkommt. Ich habe jetzt ungefähr 100 Veranstaltungen hinter mir und kann ringsherum nur sagen, ich lerne dabei, es macht Spaß und deshalb liebe ich Wahlkampf. Okay? Gut. Mit deftiger Bratwurst vom Grill und frisch gezapftem Bier wurde der Wahlkampf am Abend in Fürstenwalde fortgeführt. Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, um mit Matthias Platzig persönlich zu sprechen, denn man hat schließlich nicht jeden Tag Gelegenheit, so nah und direkt mit dem Ministerpräsidenten zu sprechen.